Man darf nicht vergessen, ich finde auch hinter allem steckt eine Technik und die kann man erlernen und das macht auf jeden Fall Sinn. Ich finde es immer wieder lustig, also ich unterrichte zusammen mit Frankie seit zwei Jahren jetzt und nehme trotzdem selber sehr gerne regelmäßig an Workshops teil und immer wieder, wenn ich dann da mal Leute treffe, die auch schon in meinen Workshops teilgenommen haben, dann sagen die immer, ach du bist da, du kannst doch alles. Und dann finde ich das immer sehr lustig, weil man kann immer dazulernen und selbst wenn man Dinge nochmal lernt, die man meint, sie schon zu können, man schnappt immer nochmal was auf und lernt einfach dazu und da kann man echt richtig gut wachsen und ist dann erstaunt, wenn man dann zurückblickt und wie wir schon gesagt haben, halt Videos anschaut, wie man sich da entwickelt und was man alles feststellen kann.